It's me Mario und damit begrüßen wir euch und zwar bei Pete's Castle, Gary's Mod, Trouble in Terrorist Town und... Terrorist Town. Ja. Ey, die Mabels war übelst geilst. Und ja, wir sehen, also... Paddle, komm mal da oben mit Mario. Ich kenn mich hier gar nicht aus, muss ich sagen. Also ich hab's früher echt gespielt immer. Boah, das ist immer am Anfang gesagt. Oh, ich bin perfekt. Warte, Paddle, bleib stehen. Nee, ich hab am Anfang hab ich echt das immer ausgespielt. Was denn? Hier. Warte, hier, eh. Gut, du bist nett. Paddle ist netter, Junge. Ich bleib bei dir, ich bleib bei dir. Ich glaub zu dir, wo bist du? Ich wollte sagen, dass ich... Ja, Pete, Pete, lass mich testen. Ich wollte sagen, dass ich echt mich hier so gar nicht auskenn. Ich hab's zwar früher gespielt, aber ich hab schon wieder alle Räume vergessen. Warte, Paddle, pass mal bitte kurz auf auf den Ding, auf den... Ja, das war's. Ja, oder so. Ich glaub, du bist Trader. Dario, das lief nicht so gut, oder? Ich will in den Bowser-Raum. Ich will in den End-Boss-Raum. Juhu. Jetzt gibt's auch wieder mehr Trader, immer, weil ihr so lange braucht. Ich will da kurz reinverschließen. Da hast du den End-Boss-Raum. Komm da rein. What the fuck, da kann man rein in den End-Boss-Raum. Lol, man kann... Lol. Kann man in jeden einzelnen Raum, in jedes Level. Ja. Ja, aber ihr kennt doch, wenn Bowser kommt, da muss man nicht so reinspringen. Wenn man da reinspringt, dann kommt man an eine Etage tiefer. Ich bin hier. Ich bin... Ich bin im Wasser. Oh, da gibt's so ein schwarzes Loch, wenn du da reinspringst, dann kommst du draußen wieder raus. Was, wenn ich hier reinspringe? Ey, die Map ist übelst geil, Junge. Die ist voll original getrunken. Genau, ich verliere einfach mal so 20 HP, wenn ich da reinspringe an dem Ding. Das hat so eine gescheite Hildgröder um den Kopf. Was ist da? Aber es gibt ganz... Es gibt recht viele Waffen, muss ich sagen. Leute, ich hab Mario gefunden. Die sind halt nicht überall. Die Tür geht nicht auf. Ich häng. Ah, geht doch. Ah, ich hab mir noch eine Waffe. Alles klar, also. Boah. Dadi, du bist unschuldig, oder? Ja. Gut, du bist mein Kumpan. Ja, ich bin lieber eine Waffe. Gut, ich glaub, Manuel kann nicht vertrauen, weil der hat mich... Oh, cool. Hey, wie kommt man wieder vom Dach runter denn? Alter. Vom Dach mit der Kanone müssen wir aufs Dach kommen. Drecksau. Nein, wieder runter. Einfach nur Drecksau. Gute Frage. Leute, ich bin in der Ruhmeshalle. Ich mag doch nur hier runter. Einfach nur Drecksau. Übrigens, ich hab das Spinnen-Endset, das mich hin- und herschwingen kann. Drecksau. Oh, hierhin. Entweder hier rauskommen, bitte. Ah, okay. Ah, gut, ich bin auch im Wasser. Da geht's auch raus, okay, cool. Ey, das ist ja echt geil gemacht. Schau nirgends. Alter, wenn man noch in die Level rankommt, das wäre ein bisschen op. Also, ich bin gerade um auf dem Turm, aber ihr kommt da nicht hin. Dann, dann kann man zusammen gegen Copas und Goombas kämpfen. Genau. Genau mit Rotflint. Genau. Der war's hier im Deck. Ich bin nur einfach zu viert. Ne, zu 15 mal, Entschuldigung. Ich hab Rollhack, eigentlich. Was sieht's aus? Ich bin nur einfach zu 5 gegen Bowser. 5 gegen Bowser? Für alle mit Waffen? Scheiß mal auf, Mario. Dann braucht keiner. Wir haben die vollautomatischen Waffen. Ich komm hier nicht mehr raus, Alter. Oh, ne. Jetzt bin ich nicht drauf. Ich weiß nicht, aber das drückt rein. Ich hab mir das nicht drauf. Ich bin quasi unverplatziert. Ich wollt mal wirklich rausgehen und dann geht das Scheiße. Das Ding steht, Alter. Ja, ich häng. Zum Glück kennst du Geheimwege in diesem Spiel. Ja, und ich weiß, wo du rauskommst, Väter. Ich schau auch. Ja, ich häng. Ja, ich häng. Das sitzt dir nicht. Alter. Alter. Hey, da ist Waffen runtergeflogen. Alter, wir bomben da hinten rum. Oh, fuck, ich hab schon wieder Leben verloren. Oh, ich hörte das Geschütz schon wieder. Ich, ich find das etwas unverplatziert. Aber, das ist so ganz schön. Das hab ich extra so gemacht, weißt du das. Das ist so voll der Überraschungseffekt. Ich hab noch mal Leben, weil ich hab noch fünf Leben. Dieses Spiel. Warte, wenn wir sie sich helfen. Ich glaub, der killt sich selbst. Ja, ich weiß, wo er ist. Ich hab den Schlag gehört. Den hab ich vorhin auch abbekommen. Der ist draußen auf dem Dach. Freiheit. Boah, das Gefühl ist aber echt böse platzieren, Alter. Das müsst ihr euch merken. Der war z... Ich hab's genau gehört. Der ist aufgeschlagen. Der kann nur da oben sein. Na, warte. Super, und wie kommen wir jetzt dran? Der Pimmel-Camp? Ich hab so einen Spaß, Pazzi. Ich hab noch eine Idee. Hast du noch genug Punkte für ne Leeroy-Bombe? Oh, nein! Jetzt schmeiß die mal da durchs Loch, kann die da rein. Komm mal mit, hier hinten. Schmeiß die mal hier rein. Geh die dann da durch. Fuck, die liegt da drin. Okay, nein. Warte, ich geh hoch. Oh, das war unfair. Knack hab ich dir das Gerät übergebrochen. Und ich bin mit dem rumge... mit meinem Spider-Netz bin ich rumgekippt. Naja, rumgeflogen. Oh, ich glaub, da tat was weh. Patti, wenn du da... Ja! Ja! Die Sau ist tot. Ey, aber die Map ist richtig gut gemacht. Ist richtig geil. Yo. Oh, wo der Munitions-Pack... Boah, ich hab mir mit dem Messer weggeholt, aber alter. Ey, hattest du jetzt auch dieses, diese, diese, ähm, klingender Wolverine-Kling? Ne, ich hab ganz so mal das Knife genommen. Ey, Patti. Das macht natürlich Sinn. Ey, kannst du einmal zustechen, oder was? Ey, zweimal. Zweimal. Mit links, oder was? Patti, ich muss mich euch mal zeigen. Ich bin jetzt kompletter Roboter, ey. Okay, äh, warte, mit links, oder mit rechts zustechen? Rechts? Äh, links? Ich bin Detective. Ja, Patti, warte, wo bist du denn? Kannst du mich so protesten. Wo seid ihr? Wo bist du denn? Ja, Patti, Patti, hinter dir, hinter dir, Patti. Dennis, geh weg, geh weg, Dennis, geh weg. Ich bin Inno. Ja, dann spile dich, spile dich, spile dich. Mach als erstes, Dennis. Ja, okay, cool. Jetzt du da. LOL. Hä? Was war jetzt? What the fuck? Wir hätten einen Störer gekauft, glaube ich. Ich glaube so. Boah. LOL. What the fuck? Ja, was war er? LOL, ich hätte... Oh, scheiße, sorry. LOL, ich hätte wetten können, er war's. Ich hätte wetten können, LOL. Da oben steht ein Geschirr. Nein, geh auf, geh auf, du scheiß Tür. Oh, oh. LOL, ich hätte wetten können, du warst, weil ich dachte wirklich, das... LIE, oh, 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 oh. LOL. 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 Okay. Alter, wie weit geht das? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, aber... Sorry, Dario, ich dachte wirklich, du wärst gewesen. Manuel, Manuel, ich hab die Mimo-Chankens-Granate gezogen und Patekont nicht mehr entkommen. Fuck, Alter, ich dachte, weil auf einmal, du hast so gesagt, äh, du konntest dich nicht testen und standst direkt neben dran und ist kaputt gegangen. Dann dachte ich so, ja, du wolltest mich jetzt verarschen oder so, dann hast du es einfach kaputt gemacht. Junge, das heißt, ich stell mein Geschütz um und es fällt einfach so um, einfach so ohne Krupp. Kann man das, kann man das von irgendwo, äh, manipulieren oder was? Ich dachte, man muss direkt neben dran sein, damit man... Ja, wer hat das denn manipuliert oder warum ist es kaputt gegangen? Wahrscheinlich, weil das Geschütz drauf geschossen hat. Das kann sein. Ah, scheiße. Ich hab mich schon wieder verlaufen. Ich fand, das war ein geiler Move von mir. Ich hätte einfach rausgekommen. Der erste Paddel da drin war und dann kommt die Leboi-Granate. Warte, schnell, bau den Tester hin, dass du siehst, dass ich es nicht bin. Schnell, 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 schnell. Portable Trader Tester heißt er. Naja. Eigentlich. Achtung, guck, wenn ich drauf... Du darfst ja drauf kriegen. Achtung, jetzt bei mir ist es auch grün. Hast du es gesehen? Nee. Ja. Für mich ist es die ganze Zeit grün. Aber ich bin's nicht. Das hätte ich schon getötet, während du im Shop warst. Ja, mach nochmal. Ah, jetzt geht's, guck. Da. Gut. Wollen wir mal alle herholen und hier unser Bollwerk aufbauen? Ja, wer ist denn noch, Inno? Wem können wir noch vertrauen? Ich bin Inno. Ey, guck mal, bin ich voll der Roboter bei dir? Ja, ja, ne? Mein Kopf und mein Rücken. Äh, wo seid ihr, Dario? Boah. Hinten im Garten, wo die behust sind. Oh, die behust sind. Ich bin da ganz vorbeigelaufen. Oh, die Harten kommen in den Garten. Ich find das geil, weil ich kenn das auswendig von spielen, kann ich ja alles merken. Ich auch, ja. Nur in der Schule nicht. Ja, okay, das vielleicht... Ich kann mir das vielleicht nicht alles auswendig merken, aber... Nein, ich komm da nicht mehr hoch, ich muss auf dem Lauf. Oh, scheiße. Was ist das? Oh, scheiße. Gut, Dennis ist der andere Traitor. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich glaub, da hat sich jemand selbst mit C4 hochgesprungen, sagst du. Jetzt ist er mein C4. Was ist denn hier? Play and your was got tested and he was a traitor. Ja, also... Das macht keinen Sinn, ich bin Detektiv. Warte, Stario. Ich hab da schon getestet. Willst du mich testen? Los. Ich hab da, der Kommit zum Tester Tester ist drin. Ihr müsst dich aber schützen, ich weiß nicht, dass Dennis noch lebt. Ich will auch sagen, dass Dennis... Davor nicht so ein Tester, oder? Nein, das ist der, wo Dennis gesetzt hat, der der Böse. Äh. C4. Okay. Okay. Los. Mit zum echten Tester. Ja, da. Führen wir hier nicht. Da im Raum liegt... Nein, Fete. Warte, Fete. Komm. Da im Raum liegt er. Achso, da in dem... In dem Gang, komm, komm. Ich hör C4. Schnell. Da, drück drauf. Okay, jetzt ist es nicht. Also, du kannst nur Dennis sein. Dennis, so jetzt geht's aufs Maul. Wir sollten zusammenbleiben. Ich hätte Fete, ganz ehrlich, jetzt gerade auch blind vertraut. Ja. Ja, sonst hätt ich euch getötet mit der Wife, lass ich... Ja, ich weiß. Weiß ich, beim Felix merkt man das, keine Ahnung. Fete, da hat man mich so ganz vertraut. Dennis, wo bist du denn? Nein, weil der Witz hat die Tür zugemacht. Alter. Hier ist er. Hammerwisch. Hauptsache, ich hab meinen eigenen Treader drauf. Ich hab's C4 zu lang gemacht. Los, tötet Mario! Also, ich bin nicht Mario. Da waren 3 C4 Dinger und eine ging so schnell hoch. Ich hab mir nicht die Zeit merken können von allen. Ich hab mir nicht die Zeit merken können. Ich weiß nur, dass meine... Boah, die hätte so ein bisschen... So ein ganz kleines bisschen kürzer sein. Warum hab ich 0 Punkte? Ich hab auch... Ne, ich hab... Oh, ich hab 10 Punkte. Immerhin. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab 20. Ich bin der Beste. Ich hab auch 20. Ja, ja. Oh, ich mach jetzt 3... Ich mein, Karma ist nicht mehr 1000 wegen Dario. Meinst du noch 1000? Ja, selbst dann schon, wenn du drauf stehst. Stehst du auch am Weg. Wieso ist du auf Hextran aufgeschossen? Jetzt bin ich Detective. 100 pro. Ich bin Detective. Oh. Ich bin Detective. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Los, alle zu Manuel. Wir müssen uns selbst lassen. Hallo, ne, wo bist du? Ach, steht abgeschossen! Warte, wo bist du, Manuel? Ähm... Ich bin... Wax nicht, Dennis. Dann wissen alle, dass du der Traitor bist. Ich bin... Alle treffen sich bei Mario. Ja, wo bist du? Wo ist Mario? Das sagst du nicht. Wo ist Mario? Ich muss ganz draußen rumlaufen. Wenn ich sterbe, dann ist es... Hä, wo ist Mario? Fick mich, Dario. Fick mich, Dario. Fick mich. Wenn ich sterbe, ist es Dennis. Dario! Es ist Dario, Leute. Helft ihr mir mal? Weder er noch sein Geschütz. Treffen mich gerade. Okay, sein Geschütz schon. Hallo! Ich weiß es genau! Ich weiß es genau! Ich hasse euch alle! Wo war die Verstärkung? Ja, äh... Die ist... Die ist irgendwie nicht in der Nähe. Die ist etwas, äh... Kack... Padde! Ja? Ich hab Angst! Nein! Ich weiß nicht, wo Mario ist! Ich weiß... Ich zeig dir, wo... Aber nur... Aber nur, wenn du mich nicht tötest! Links! Links! Da links in den Raum rein! Ich hab Angst vor dir, Padde! Jetzt... Einfach... Einfach laufen! Gleich wirst du wegteleportiert! Echt? Oh! Da ist da! No! Oh! Da ist es! Das weiß ich! Ey, wieso schießt du mich ab, Padde? No! Ah, da ist er! Ist da teleportiert! Fuck! Ich hab keine Mund mehr! Ja, Mann! Oh! Ich hab's so verkackt! Ganz ehrlich, ich schieß die ganze Zeit auf den und er trifft... Ich treff einfach nicht! Ich hab einfach das Geschütz hingestellt! Ich hab dem Padde vertraut! Ich hab dem Padde vertraut! Ich hab schon Dennis einfach so weggerollt! Ich hab so gesagt, Dennis komm mit! Und einfach so von hinten so BAM! Ja! Hä, aber wie ist das passiert? Also ich hab noch mal teleportiert, wo du weißt, ich bin so genau vor Fehlern aufgesprochen! Ja, da wo du bist, ähm... Da spawnst du direkt, wenn du einen Millimeter nach hinten läufst, wirst du da wieder teleportiert, da musst du in kein Loch rein! Ach so, okay! Weil ich bin nämlich genauso vor Fehlern teleportiert, gib ihm so ein paar Schüsse ins Gesicht und werd wieder teleportiert! So! Warte, und ihr habt dir vertraut! Als Tochter! Ja, ich weiß aber zweimal hintereinander Traitor, was bedeutet jetzt bin ich 100 pro innocent! Warte, ich hab dir als Tochter vertraut! Kann ich auch schon auf das! Als Tochter? Ja! Als Tochter! Warte, ist mein Mädel! Mein Mädel! Mein Mädel! Wo geht's denn hier oben hin eigentlich? Mein Mädel! Ja, ich bin innocent! Ich bin wirklich innocent diesmal! Ich auch! Ich hab mich ja nicht bewegt! Ja klar! Ich denk mir dann... Es ist 100 pro... Entweder Manuel oder Daniel sein davon! Warte, hier vertraut ich die Runde! Ja, also... Diese Runde glaub ich... Ich bin bei Mario, ich hab Mario gefunden! Alter, sieht die Kank aus! Warte! Du! Du! Bleib bei Mario! Warte, warte, warte! Ich bin da, ich bin da! Warte! Ja, ja, ja! Ach gut! So, ihr kommt jetzt hier rein! Hier rein! Da oben! Über Mario! Hinter euch! Da ist der Tester! Alter, was sind das für Stufen? Die hätten die aber auch kleiner machen können! Die sind im richtigen Spiel glaub ich aus! Warte, fuck! Wo ist der Tester hin? Hä? Wo ist der hin? Der stand hier grad noch! Oh Gott! Der steht... Kaputt! Lol! Das wird gekriegt! Warte! 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 Ja! Der zieht auf mich! Dem kann ich vertrauen! Ja, ihr seid beide gut! Sagt immer der normale DNA-Scanner! Ja, das ist... Dennis und Ding! Dennis und Manuel! Das sind 100 Pro, aber... Stopp auf! Stopp auf! Stopp auf! Ich will, dass der normale DNA-Scanner funktioniert! Ja, aber... Auf jeden Fall, ne! Pass auf! Irgendwo wird hier C4 rumliegen! 100 Pro! Okay, hier ist... Da hat jemand die Tür eben offen gehabt! Ich geb euch den! Ja! Du meinst hier wie ein richtiger Shooter, also Counter-Strike mäßig! Ja! Ne, wir sind Spezial! Ne, wir müssen Mario ausräuchern! In Weglichkeit gibt's keine Trait! In Weglichkeit gibt's Mario und Luigi und wir müssen sie töten! Wir sind von Bowser beauftragt! Ja, und die Luigi sind die guten und die Mario sind die bösen! What?! Da hat sich kein Türgöffel! Komm raus, warte! Das bin ich! Das bin ich! Oh! Oh! Ich teste nur! Ich guck nur hier, ob hier irgendwo C4 rumliegt! Ah! Also meine... Meine Idee ist raus hier! Warte schon! Da steht ein Schütz draußen! Ne, das war ich vorhin desplatziert, aber keiner hat es so schlau platziert! Und dann steh ich mich hier in die Wand! Auf einmal sind wir alle drei! Oh! Keiner hat es so schlau platziert! Haus um! Du musst... Warte! Tür aufmachen! Ups! Ja, ich kann sie... So, ich hab's! Ah! Da müssen die Kamler irgendwo hier draußen sein! Wartet auf mich! Das ist wahrscheinlich irgendwo C4 hier! Wartet auf Detective... Ähm... 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 Copy Dario! Detective Knoppers! Detective Knoppers! Wer geht der? Ist da oben jemand? Ich bin's! Ja... Aua! Naja, ich mein, ob da noch jemand ist! Nein! Nein! Ich hab noch nie C4 benutzt! Warum denn? Das ist voll geil! Ich weiß nicht, ich kann mich dazu... Gott! Ich hab Angst! Ich werde... Dennis hat irgendeine Kack-Position! So eine Scheiß-Position! Ja! Und dann packt er die Ultimate aus! Hat er keine Chance mehr sie zu gewinnen! Dann müsste er unfass spielen! Die Drecksau! Fuck! Und ich hab kein Geld für irgendwas! Das find ich voll unfair! So ein Scheiß! Dario, pass auf dich auf! Du bist auf dich allein gestellt! Ja, Dennis, kleiner Hacker! Wo bist du? Er hackt nicht! Er benutzt nur ein fairer Waffen! Das ist etwas ganz anderes! Wo bist du, hä? Ich sehe hier Blutspur! Ich weiß, dass du hier bist! Oh! Fuck! Das ist eine Waffe, Alter! Du bist wirklich auf dich allein gestellt, Dario! Boah, ich kann... Oh! Ja! Dennis ist tot! Manuel nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche Leute! Der kennt keinen Team mehr jetzt! Ich hab einfach nur gesehen! Da hab ich einfach losgekriegt! So Dario, da wissen wir ja jetzt, dass du der Traitor bist! Dann leg jetzt mal C4! Hier! Okay! Man fällt damit, wie du gesagt hast! Ich glaube, ich habe ja kaputt, ne? Ich bin eh nicht weggekommen! Ich bin irgendwie an einem Gras hängen geblieben! Na dann... An einem Gras! Was an einem Gras? Ja! Da ist gar kein Gras, wo du gestorben bist! Das ist eine grüne Ebene! Das ist kein Gras! Ja, dann ist es eben! Ist ja auch egal! Das soll Gras symbolisieren, ja! Hast du dir mal den Wasserfall angeguckt? Das sieht aus wie Eis! Das bewegt sich gar nicht! Unten dann ja, aber oben ist so so... Mit aufpassen, wenn du da runter springst, wirst du ein bisschen gefickt, Manuel! Ich guck gerade mir mal die Map einfach an! Hier war ich noch gar nicht! Fuck, ich komm nicht mehr hoch! Scheiße! Hä, wo war das? Scheiße! Ja, da gibt's so links noch so einen grünen Raum! Weißt du da, wo Bobbombs sind? Also so Bomben? Oh! Ne, hier sind keine Bomben! Da ist einfach so ein... Brunnen, oder was ist das? Ähm, in welcher Etage bist du? Ganz unten? Ganz unten? Einfach ganz hinten! Achso, da, ja! Da ist der Buhu-Raum! Da geht's zum Buhu-Schloss! Ba 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 Ich bin der Sohn... Dario, du hättest dich nur weiter verstecken müssen, da hände ich mir eindeutig gewonnen Naja, egal Bis zum nächsten Mal Jo, tschüss